Chaitanya Mahaprabhu Sri Chaitanya Mahaprabhu gilt als der große Meister, der der Welt der spirituellen Sucher die vertraulichsten und erhabensten Aspekte der absoluten Wahrheit, Ajintya Beda Abeda Tattva, gleichzeitiges unbegreifliches Eins- und Verschiedensein und Brema Gottesliebe offenbarte. Mahaprabhu erschien in dieser Welt am 18. Februar 1486 in Mayapur, Navadvip Dham, Westbengalen, im Hause von Jagannath Mishra, einem gelehrten Brahmaner der Vaishnava Gemeinde. Zur Zeit von Mahaprabhus Erscheinen herrschte eine Mondfinsternis und deshalb hatten sich die Einwohner von Navadvip Dham am Ganges versammelt, um ein Bad zu nehmen. Gemäß dem Brauch ihrer Zeit sang ein jeder während des Bades im Ganges vedische Mantren. Aufgrund des Singens dieser Mantren wurde die Atmosphäre von spirituellen Vibrationen aufgeladen und in diesem glücksverheißenden Augenblick stieg Mahaprabhu selbst herab. Das Leben Mahaprabhus wurde von Geschichtsschreibern und Gelehrten gleichermaßen geschildert. Nach weit verbreiteten Erzählungen war Mahaprabhu eine große Persönlichkeit, die in der Blüte seiner Jugend in den Lebensstand der Entsagung trat und Indien in eine Renaissance der Hingabe führte, die das Singen der heiligen Namen Gottes als Mittelpunkt hatte. Dies ist sicherlich wahr, doch es gibt eine weitere Darstellung des Lebens Mahaprabhus, eine höchst esoterische und spirituelle. Der bengalische Klassischer Chaitanya Charitamrita im 16. Jahrhundert von Krishnadas Kaviraj Goswami verfasst, offenbart die innere Identität Mahaprabhus, die von all seinen Anhängern akzeptiert wird. In diesem in Indien in 17 Bändern erschienenen Buch beschreibt der Autor Mahaprabhu als niemand anderen als das Summon Bonum der absoluten Wahrheit, dem höchsten Wesen. Krishnadas sagt, Was die Upanishaden als das unpersönliche Brahman beschreiben, ist nur die Ausstrahlung von Mahaprabhus transzentralem Körper und die Überseele in den Herzen aller Lebewesen ist nur sein lokalisierter Teil. Er ist Parabrahman, Krishna selbst vollständig versehen mit sechs Füllen. Er ist die absolute Wahrheit Paratatva und keine andere Wahrheit ist größer als er oder ihm gleich. Die höchste Auffassung des Parabrahman in der persönlichen Gestalt Mahaprabhus wurde auch von Lehrern der heutigen Zeit wie dem bedeutenden Professor der indischen Philosophie Dr. O. B. L. Kapur im Detail erklärt. Der sagt, dass das Erscheinen Mahaprabhus in dieser phänomenalen Welt der Gipfel einer transzentralen Dialektik ist, die dem Wesen der höchsten Person inne wohnt. Parabrahman, so sagt Kapur, ist Rasa oder konzentrierte Glückseligkeit. Dieser Rasa, der als göttliche Liebe verstanden werden kann, setzt eine Person voraus. Diese Person ist Srikrishna. Diese Person ist dynamisch, ruhelos, strahlend, immer wallend und immer wachsend. Sie ist erstaunlich neu und genussreich und verbringt jeden Moment jenseits ihrer Selbst auf neun Ebenen des Rasa-Bewusstseins. Innerhalb des Rasa oder der Liebe muss es auch Rassika oder die Fähigkeit geben, diese Liebe zu kosten, sagt Kapur. Deshalb zerbricht in Krishna die Einheit von Rasa und Rassika und er blüht in der Dualität von Krishna und Radha. In dieser Dualität ist Krishna Rasa, das höchste zu genießende Objekt, und Radha ist Rassika, der größte Genießer des Rasa. Nach Erreichen der höchsten Stufe der göttlichen Liebe, die Brema-Vilas-Vivarta genannt wird, verbindet sich die Dualität von Radha und Krishna wieder. Mahaprabhu, so fährt Kapur fort, ist die substanzielle oder personalisierte Form dieser Einheit von Radha und Krishna. Demnach war die Geburt Mahaprabhus in dieser Welt nicht die eines gewöhnlichen Kindes, sondern von der Natur einer göttlichen Herabkunft. Der Onkel Mahaprabhus, der ein berühmter Astrologe war, sagte voraus, dass das Kind mit der Zeit als große Persönlichkeit anerkannt würde und er nannte ihn Vishwambar. Aber die Mutter des Kindes, Satchidevi, zog es vor, ihn Nimei zu nennen, da an dem Ort, wo er geboren wurde, ein Nime-Baum stand. Als Kind liebte es Nimei mit seinen Freunden am Ufer des Ganges zu spielen und wie Jungen nun einmal sind, trieben Nimei und seine Freunde oft Unfug. Manchmal spritzten die Jungen Wasser auf die Yogis, die zur Meditation an das Flussufer gekommen waren. Wenn die Erwachsenen jedoch kamen, um Nimei für seine Streiche zu bestrafen, stellten sie fest, dass sie von seinem verschmitzten Wesen einfach bezaubert wurden. Jeder Mann liebte Nimei, als wäre er sein eigener Sohn. In seinem fünften Lebensjahr wurde Nimei in der Schule des Gangadas Pandit angemeldet, wo er in zwei kurzen Jahren das Bengali und Sanskrit beherrschte. Danach studierte Nimei zu Hause und bis zu seinem zehnten Lebensjahr war er bereits als großer Gelehrter bekannt. Mit der Zeit wurde Nimei zum bekanntesten Gelehrten in ganz Bengalen. Sein Ruhm als großer Gelehrter zog bald den Digvijay Pandit aus Kaschmir an, der nach Navadvit kam, um Nimei zu einem Streitgespräch herauszufordern. Der Digvijay Pandit hatte bis zu jenem Zeitpunkt alle großen Gelehrten Indiens geschlagen. Niemand konnte gegen ihn bestehen. Es war, als hätte er das persönliche Wohlwollen von Sariswati, der Göttin der Gelehrsamkeit. Als Digvijay in Navadvip angekommen war, traf er Nimei mit einer Gruppe seiner Freunde und Schüler am Ufer des Ganges. Nimei bat Digvijay respektvoll, 100 Verse in Sanskrit zum Lobpreis des Ganges zu komponieren. Mit derselben Leichtigkeit und Geschicklichkeit, mit der ein Adler hoch in der Luft dahin gleitet, begann Digvijay auf diese Aufforderung hin, spontan 100 Verse in Sanskrit vorzutragen. Der Digvijay war in der Tat ein stolzer Poet und Niemals Freunde waren über die Art und Weise erstaunt, in der Digvijay spontan einen Vers nach dem anderen komponierte. Mit jedem Vers gab er neue und neuere Erläuterung über die Herrlichkeit des Ganges. Nimei saß jedoch schweigend und ohne Kommentar da, bis Digvijay seinen Vortrag beendet hatte. Nimei lobte Digvijay für seine gelehrten Fähigkeiten, wies aber gleichzeitig mit folgenden Worten auf Fehler in seiner Komposition hin. Mein Herr, es gibt auf der ganzen Welt keinen größeren Poeten als euch. Eure Dichtung ist so schwierig, dass niemand außer euch und Sarasvati, der Göttin der Gelehrsamkeit, sie verstehen kann. Könntet ihr jedoch bitte die fünf Fehler und fünf literarischen Verzierungen des 64. Verses erklären? Der Digvijay war bestürzt. Was sagte Nimei? Wie war es möglich, dass irgendwelche Fehler in seiner Komposition waren? Und wie konnte Nimei die Verses so schnell auswendig lernen? Der Digvijay lehnte nichtsdestoweniger ab, anzuerkennen, dass irgendwelche Fehler in seiner Präsentation waren, sondern lediglich Ausschmückungen. Vom Digvijay aufgefordert, zeigte Nimei dann die fünf Fehler in der grammatikalischen Zusammenstellung des Verses auf, nachdem er seine fünf Ausschmückungen gelobt hatte, die Digvijay selbst nicht kannte. Nimei ging nach den Regeln der Sanskrit-Grammatik vor, die literarische Kompositionen leiten, und als er seine Rede beendete, war der Digvijay buchstäblich sprachlos. Er war von einem lediglich 16 Jahre alten Kind geschlagen worden. Wie war das möglich? In der folgenden Nacht hatte Digvijay einen Traum. Die Göttin Sarasvati erschien ihm in seinem Schlafe und verkündete, dass obwohl der Digvijay sicherlich ihr Lieblingsschüler sei, Nimei andererseits ihr ewiger Meister ist. Dann forderte Sarasvati den Digvijay auf, zu Nimei zu gehen und seinen Schüler zu werden. Die Nachricht von Nimeis Sieg über den Digvijay sprach sich weit und breit herum. Nimei war nun der wichtigste Gelehrte seiner Zeit. Noch im selben Jahr reiste Nimei in einer Gruppe seiner Studenten nach Gaia und traf dort den gefeierten Guru Ishvara Puri. Nimei empfing zu diesem Zeitpunkt seine spirituelle Einweihung von Ishvara Puri und Biografien haben angemerkt, dass diese Einweihung den Wendepunkt in Mahaprabus Leben markierte. Als Nimei nach Mahapur zurückkehrte, war er nicht mehr an gelehrten Errungenschaften interessiert. Sein Geist wandte sich stattdessen spirituellen Themen zu. Äußerlich erschien es, als habe er das Interesse an konventionellen Pflichten verloren. Von da an war Nimei ein anderer Mensch, wie von Gott inspiriert. Es wird gesagt, dass Nimei sich in den Abendstunden mit seinen engsten Anhängern im Hause des Schrievers Thakur versammelte und Sankirtan das gemeinsame Singen der Namen Gottes durchführte. In jenen Sing-Zusammenkünften wies Nimei manchmal ekstatische Symptome von Gottesliebe auf und manchmal offenbarte er seine Form als die von Sri Krishna. Als die verborgene Identität Nimeis bekannter wurde, sprach man ihn mit Mahaprabu, der große Meister, an. Für beinahe acht Jahre lebte Mahaprabu weiterhin in Mayapur. Mahaprabu unterwies seine Anhänger, dass es für das Singen der Namen Gottes keine ausnahmslosen Grundsätze gibt. Absolut jeder, ungeachtet seiner Position in der Gesellschaft, war geeignet, an diesem Vorgang teilzunehmen. Dies jedoch rief Verwirrung hervor und gewisse Mitglieder der Gemeinde, der Kasten-Brahmanen und bestimmte Studenten und Professoren der Vedischen Schriften widersprachen Mahaprabu und bekämpften ihn sogar. Nachdem Mahaprabu von Keshav Bharati Sanyas, in Klammer entsagter Mönch, angenommen hatte, machte er sich auf den Weg nach Jagannath Puri. Dort traf er auf den großen Logiker Sarvabhoma Bhattacharya, der ebenfalls zu seinem Schüler wurde. Nach einiger Zeit beschloss er, eine Reise durch Südindien anzutreten. Bald traf er am Ufer des Flusses Godavari auf Ramananda Rai, den Gouverneur von Vidyanagar, und führte ihm einige Tage lang erleuchtende Gespräche zum Thema der Bremer Bhakti oder hingebungsvollen Dienst in reiner Liebe zu Gott. Die Anhänger Mahaprabus sagten, dass der Zenit des theistischen Gedankens in diesem Gespräch offenbart wurde. Ramananda Rai war ein großer Geweihter Srikrishnas und Mahaprabu erfragte von ihm in jedem Moment dieser Unterhaltung höhere und höhere Wahrheiten bezüglich der Natur des Geistes. Der Höhepunkt ihrer Unterhaltung enthüllte, dass die höchsten transzendentalen Gefühle der Liebe zu Gott, die der Gopis in Klammer Milchmädchen von Vrindavan waren. In ihrem Dienst zu Srikrishna entfalteten die Gopis die allerhöchste Ebene der Hingabe und unvermischter Liebe, in der sogar soziale Konventionen von weltlicher Moral überschritten wurden, womit sie zeigten, dass obwohl die moralischen Standfesten als gutes Beispiel religiösen Lebens dienten, es doch eine höhere Ebene gibt, wo das Befolgen des Gesetzes durch Liebe außer Kraft gesetzt wird. In Fortsetzung seiner Reise besuchte Mahaprabu dann alle wichtigen Pilgerorte in Südindien, wie Tirupati, Shri Rangam, Ahobalam und Jidambaram. In dem als Kurma-Kshetra bekannten Ort vollbrachte Mahaprabu ein Wunder, indem er einen Leberkranken namens Vasudeva einfach dadurch heilte, dass er ihn mit seiner Hand berührte. Tagsüber reisten sie und jede Nacht verbrachten sie an einen anderen heiligen Ort. Mahaprabu ging bis zum Kap Komorin, wo er sich wieder nach Norden wandte und allmählich nach Jagannath Puri zurückkehrte. Nach einigen Tagen in Puri entschied sich Mahaprabu, Vrindavan, das Land Sri Krishnas zu besuchen. Er nahm einen Diener namens Balabhatra, Bad Acharya mit sich und reiste am Ufer des Flusses Yamuna entlang, bis er Vrindavan erreichte. Wie an anderen Orten überall in Indien drückte Mahaprabu seine ekstatische Stimmung des Tanzens und Singens aus und viele tausend Menschen kamen täglich, um ihn zu sehen. In Vrindavan dann offenbarte Mahaprabu die Orte des Spiele Sri Krishnas, die sonst seit den letzten 5000 Jahren verloren gewesen wären und wandelte auch eine große Gruppe Mohamedaner in geweihtes Sri Krishnas um, indem er zu ihnen aus dem Koran predigte. Während Mahaprabhus Aufenthalt in Benares erhoben die Unpersönlichkeitsanhänger Shankaracharyas, angeführt von Brakashananda Sarasvati, starke Einwände gegen Mahaprabhus öffentliches Tanzen und Singen, der Namen Gottes. Brakashananda Sarasvati behauptete, dass Mahaprabhu ein irregeleiteter Sentimentalist ohne wirkliches Verständnis des Vedanta Sutras sei, der zu jener Zeit als die einzig wichtige vedische Literatur angesehen wurde. Auf die Einladung eines Brahmanen von Maharashtra hin traf Mahaprabhu mit Brakashananda Sarasvati und tausend seiner Anhänger zusammen. Als er diese Versammlung betrat, gewann Mahaprabhu die Herzen aller mit seiner natürlichen Demut. Jeder in dieser Versammlung nahm eine glänzende Ausstrahlung, das Brahman war, die von Mahaprabhus Körper ausging. Brakashananda stellte Mahaprabhu verschiedene Fragen zum Vedanta und Mahaprabhu beantwortete sie, eine nach der anderen. Als die Diskussion beendet wurde, gestand Brakashanandan ein, dass sie niemals mit Shankara Acharyas Kommentar zum Vedanta, der sich nur mit der indirekten Bedeutung befasste, zufrieden waren. Nachdem sie von Mahaprabhu gehört hatten, so sagten sie nun, könnten sie erkennen, dass Shankaras Kommentar einfach auf Wortspielereien basierte. Von dem Tage an begleitete Brakashananda Sarasvati und seine Anhänger Mahaprabhu bei seinem gemeinschaftlichen Singen, bis Mahaprabhu Benares verließ. Mahaprabhu sagte, dass es keine Notwendigkeit zu irgendeinem Kommentar zum Vedanta gebe, da dessen Autor Vedavyas bereits seinen eigenen Kommentar in Form des Srimad Bhagavatam geschrieben habe. Mahaprabhu informierte jeden Anwesenden der Versammlung darüber, dass das eingehende Studium des Bhagavatam in Selbstverwirklichung gipfelt. Im Allgemeinen nehmen die Anhänger Shankaras Advaita Vedanta nicht Dualismus, in Klammer, die Seele ist eins mit Gott, als das höchste theistische Verständnis an. Mahaprabhu jedoch stellte fest, dass das Bhagavatam Ajintya Beda Abedatattva beschreibt, nämlich, dass die absolute Wahrheit in der höchsten Instanz gleichzeitig und unbegreiflich eins und verschieden ist. Die Seele ist ein wesentlicher Bestandteil Gottes, eigenschaftsmäßig eins, aber mengenmäßig verschieden. Schließlich kehrte Mahaprabhu nach Chagannath Puri zurück, wo er die verbleibenden 18 Jahre seines Lebens blieb, bis er in seinem 48. Lebensjahr während des gemeinsamen Singens im Totah Gopinath Tempel aus der Sicht sterblicher Menschen verschwand. Geschichtlich wurde Mahaprabhu von verschiedenen Personen unterschiedlich betrachtet. Die unmittelbaren Anhänger Mahaprabhus haben ihn als die höchste absolute Wahrheit Sri Krishna angenommen. Andere haben ihn als Bhakta-Avatar eine göttliche Inkarnation zur Verbreitung von Gottesliebe betrachtet. Aber dass Mahaprabhu ein ehrwürdiger und heiliger Lehrer, der große Meister war, wird von allen akzeptiert, die mit seinem Leben und seinen Lehren mit einem unvoreingenommenen Geist und reinen Herzen in Berührung gekommen sind. Mahaprabhu erschien nicht in dieser Welt, um eine bestimmte Gruppe Menschen in Indien zu befreien, sondern es scheint, dass es sein Zweck war, alle Seelen in allen Ländern der Welt zu der reinen und erhabenen Ebene ekstatische Liebe zu Gott zu erheben, der ewigen Religion aller Seelen.